auch hier der letzte reiter der abkalypse todpest und krieg ist ja schon besiegt und jetzt bleibt noch er übrig und der typ der die aufgeweckt hat aber schön ja ist schön korrupt hier der präsenteste teufel ja okay ja aber auch hier hier sind bodenwellen und flammenwerfen also das ist ja eigentlich ganz gemütlich gerade so ahhh ich hätte nichts gesagt ist jetzt tot? ja jetzt wird er auch noch größer oder was kann ich doch mal bo 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 o aieieieiei direkt so wieder ey hör mal auf wo ist die bodenwelle? ah da ist sie ich explodiert ja auch gerade alles ich habe keine ahnung worauf das zurückzuführen ist ja mach noch ein paar löcher rein damit ich auch nochmal schön lecker in den laber fallen kann Blödes Stück, ey. Ah. Noch ne Bodenwelle. Au. Komm, wir sehen mal mein Laser hier. Geht mal ein bisschen fixer dann. Oh, 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 oh. Geht erstmal was mit den Füßen weggexplodiert. Okay, der Laser hat das nicht so gebracht. Wir füllen mal Granaten auf den. Boah, hier, das ist total hier alles hier am Ruckeln. Anschnallen, jetzt geht's los. Okay, der hat keine Energieleiste mehr. Aber der ist scheinbar noch nicht tot. Anschnallen, jetzt geht's los. Hier wird ja immer größer. Oh. Ja, dann triff ihn doch mal bitte. Hallo? Äh, geh mal hier weg. Ja, toll. Super. Sauber, echt. Oh, und jetzt wieder von Stufe 1 an. Du lächerliche Kreatur. Baka, 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 baka. So. Und... Äh, da nebeln. Kommutiere. Jetzt platzt das, äh, die Präsidenten-Suite-Zeugs. Au! Spuckt ihm ins Gesicht seine Flammen. Äh, ich werd verrückt. Ah, die hab ich auch noch. Stimmt, ja. Ii, ii, ii. Uh, 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 boah, jetzt bin ich aber schlechter als gerade. I feel good. Ah, fuck. Prima. Fuck, mir wie die Linke. Wieso bin ich hier jetzt so schlecht? Herr Gott, nochmal. Na, schnell, und jetzt geht's los. Oh, da ist Energie. Ich brauch die Energie. I feel good. Boah, ich bin so blind wie... Ich, ich, Maulwurf. Au. Wo ist er denn? Wieso, ich bin hier verdammt knapp. Ai, ei, ei. Noch ne Smartphone. Oh, da hinten ist was, äh. I think it's energy. Au. Jetzt sollen wir hier nichts unter den Füßen wegbrechen, dass wir jetzt... Ah, super, Laser. Boah, ist der schlecht, echt. Oh, je, je, je. Nein. Ich brauch die Energie dahin. Schleunigst, ey. Uh, das tut gut. Das kannst du aber lauter sagen, nur. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Ja, sicher. Toll. Danke, dass du mich vorbewandt hast. Oh. Das ist nicht, das, das nenn ich mal endlich. Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist einfach die... Ja, super, ey. Du bist doch echt... Na, Arschloch, weiß das eigentlich. Ja, ey. Hallo, die erste Attacke und ich hab fast die halbe Energie verloren. Und der hat doch mindestens vier Stufen oder so. Ja, sehr gut. Ich hab wenigstens ein bisschen Energie hier reingeholt. Jetzt sind wir nur Bodenwellen. Warum tun wir Bodenwellen denn so sehr weh? Uh, das tut gut. Au, au. Taka, 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 taka. Ey. Kein Scheiß hier. Ey. Ey, 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 ey. Boah, ha, ha. Anschnallen, jetzt geht's los. Und der fährt ja mal ein bisschen. Eieiei. Wozu schwach ist der Super-Laser? Eigentlich dann doch nicht. Aber vorhin mal. Ich hab nur Google-Lüten. Ich seh doch überhaupt gar nichts mehr grad. So, dass ich jetzt nicht mehr allzu viel Energie hab. Aaaaaah, komm. Verpiss dich, alter. Oh, schön. Das kommt ja wie gerufen. Ach, du Heilige. Was macht der denn da? Ach, der schlägt mir ja ins Gesicht. Okay, ich wäre sowieso fast tot gewesen. Okay, bei der letzten Stufe, die wir jetzt bisher erreicht haben, muss ich erstmal nur eine Strategie rausfinden. Weil irgendwie krieg ich das so nicht hin. Alter, ich fress. Ja, komm, pack deinen Augenlaser weg. Meine Güte. Ah, du heiliger Wimbam. Ah, keine Zielsuche-Raketen, Junge. Ah, meine Fresse. Ah, das ist so am Ruckeln, das ist echt kaum noch spielbar. Was ist er denn jetzt? Ja toll, ey, super Kameraführung. Muss man auch mal hier die Regie loben. Oh, verreck einfach, ey, du blödes Stück. Oh, der ist das schön. Der ist das echt gut. Ja, super. Anschnallen, jetzt geht's los. Ah, okay, da hab ich die Druckwelle vergessen. Äh, ei, ei, ei. Anschnallen, jetzt geht's los. Anschnallen, jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los.